Ich bin die Marie-Luise Marian. Hallo, ich bin Hermann Otto-Solms. Ich bin Georg Käfenheller. Mein Name ist Rainer Löw. Hier ist Eckart von Hirschhausen. Mein Name ist Lina Hoppingen. Mein Name ist Sky Dumont und ich lasse mich impfen. Weil ich nicht noch einmal an Covid erkranken möchte. Warum ich mich impfen lassen möchte, ist ganz einfach. Um meine Großeltern zu schützen, um die Bewohner, die hier im Altenheim leben, zu schützen. Also ich lasse mich auf jeden Fall impfen. Da tue ich nicht nur mir was Gutes, sondern auch der gesamten Gesellschaft. Weil ich gerne wieder mit Ihnen allen zusammen sein möchte. Ich lasse mich impfen, weil ich finde, dass Impfen die krasseste Errogenschaft ist, die wir als Menschheit hervorgebracht haben. Deswegen bin ich sehr überzeugt, dass Impfen sinnvoll ist, sicher und solidarisch. Lasst euch bitte impfen. Warum? Weil die Impfung wirkt. Mit einem kleinen Pieks, hoffentlich bald aus der Krise. Das Impfen lohnt sich. Lassen Sie sich impfen. Alles Gute Ihnen.